Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Eine zweite Runde Call of Duty, Infinite Warfare, die VR-Version hier am Start bei Trans17TV. Captain Transec hier am Mic, der Zerstörer der feindlichen Raumschiffe. Ja, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte unbedingt ein Like, da würde mich sehr freuen. Und hilft dem Projekt ungemein, ungemein weiter. So, und jetzt müssen wir gleich wieder Schub geben hier. Jawohl. Und los geht's. Sauber. Okay, zuerst die hintere Sensoranlage der Retribution. Wir fliegen nach Achtern Richtung Haupttriebwerke. Folgen Sie mir. UN Jackal folgen, das machen wir doch glatt. Vielleicht kann ich diesmal noch ein paar mehr Raumschiffchen wegknistern hier. Ah, wir sind ganz gut noch in dem Kreis hier drin. Das sieht so echt aus. Also das ist wirklich super. Es ist also auch noch mal eine krasse Steigerung zur alten Playstation 4. Ich muss sagen, es sieht deutlich besser aus. Davon war ja auszugehen. Sensoranlage. Sie müssen hier stoppen und die Diagnose starten. Diagnose starten. Okay, abgeschlaßt. Okay. Verstanden, 1, 2. Wir schicken ein Wartungsteam. Kümmern Sie sich um die restlichen Trümmer, bevor Sie noch mehr Schäden anrichten. Besteht sich. Eine Rakete sollte die großen Teile erledigen. Halten Sie L2, um das Fadenkreuz zu aktivieren. Aha, L2. Lassen Sie L2 zum Feuern los. Sie können drei Ziele gleichzeitig markieren. Oh, ist das geil. Das habe ich im ersten Teil noch gar nicht gesehen. Wow. Bäm. Wie geil ist das denn? Achtung, Sky, 1, 2. Wir registrieren eine Energieschwankung voraus. Könnte an der beschädigten Sensoranlage liegen. Können Sie Sichtkontakt herstellen? Position wird auf Ihrem Harten markiert. Verstanden. Nähern uns. Achtung, wir nähern uns der Position. Sieht aus, als würde die Sensoranlage... Ähm, Moment. Scheiße, was ist das? Wow. Wir haben gegriffen. Habe Sichtkontakt zu einem SDS-Zuberträger. Skaternär, sehen Sie! Jawohl, jetzt kann ich die nämlich alle... Gucken, wie viele Raketen. Ich habe hier... Verstanden, ein, zwei Staffeln. Er sich in Ihre Position behalten. Absolut geil. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Die Skater abgreifen. Die Skater abgreifen. Markieren. Ja, Baby! Ist das geil. Das war gut. Raketen sind viel cooler. Ja. Gute Treffer, zwei Hände. Zwei, zwei, drei abgeschossen. Oben in das Holz rein. Zack. Und markiert. Bam. Ziel erledigt. Bämster. Wir sind in 30 Sekunden in der Luft. Weindliche Erfassung. Drei Sechs ist getroffen. Drei Sechs ist abgeschossen. Wir schalten Sie aus, Gas. Drei bleiben. Scheiße, ich werde eingekesselt. Boah, war das nackt. Super geil. Sieh, da hat der doch noch was. Oh, Horizont wieder bitte. Horizont. Boah, ist das genial. Oh, ich habe keine Raketen mehr. Alles weggeballert. Boah. Boah. Über Kopf. Jo, jetzt habe ich mein Lohrzwand wieder. Ist das genial. Boah. Boah. Zielerfassung. Gut gemacht. Wir sind in 30 Sekunden in der Luft. Athlete, ich stehe unter schweren Beschuss. Zwei, zwei, abgeschossen. Boah. Krass. Roger, eben Anschluss. 5 Sekunden. Werde beschossen. Befeindliche Erfassung. Wechsel zur Kanone. Guter Abschuss. Flieger gesteckt. Ja, ziehen wir mal auf. Mien hat erwischt. Roger, im Anflug. Waffen bereit. Sie ziehen sich zurück. Hier ist die Retribution. Sie laden ihr Okanone. Alle Jackers, das Feuer auf diese Räume. Die Lampen konzentrieren. Leise ich aufgefasst. Leise ich abgeschossen. Hier spricht die Tigris. Wir greifen einen SDF-Zerstörer bei 7, 2 zu 5, 2 an. Tigris, eröffnet das Feuer. So, hier haben wir auch gleich. Jawohl. Sehr schön. Boah, was für eine Explosion. Bäm. Alles Gas zu mir. Krass. Wir kehren zur Basis zurück. Wiederhole, zurück zur Basis. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Sehr schön, meine Lieben. Das war die zweite Runde. Ich bedanke mich bei euch für das freundliche Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ganz lieben Dank. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bewertet doch das Video. Haut rein. Und ciao. Euer Transek. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. els어� Untertitelung des ZDF, 2020